Ja Leute, leider sind diese Videos bloß mit meinem Handy entstanden, denn ja, um mit einer Kamera zu filmen, brauchte man eine extra Genehmigung, weil es war halt ein Messegelände und ja, deswegen nur mit dem Handy. Aber egal, ist trotzdem richtig geil geworden. Ja Leute, leider sind diese Videos bloß. Ja Leute, leider sind diese Videos bloß. Ja Leute, leider sind diese Videos bloß. Ja Leute, leider sind die Technologiegelände und die Technologiegelände. Daher haben wir schnellen Sachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.